Herzlich Willkommen beim Podcast Modern Work trifft Arbeit. Mein Name ist Lina und du bist hier richtig, wenn du dich für New Work, modernes und agiles Arbeiten interessierst. Dieses Mal gibt es kein Interview, sondern die Modern Work Education Edition. Diese wird es nun in Ergänzung zu den zahlreichen Interviews geben. In der Folge geht es um die Begrifflichkeit New Work. Wir hatten es in der ersten Folge mit Marco Rutzke schon einmal darüber, dass wir lieber von Modern Work statt von New Work reden. Wenn du wissen möchtest, warum und weshalb, höre gerne einmal in die erste Podcast-Folge. Nichtsdestotrotz, New Work bleibt ein Buzzword in der heutigen Arbeitswelt. Dabei wird der Begriff New Work oftmals sehr unterschiedlich verwendet. Nicht immer bezieht es sich auf die Veränderung in der Arbeitswelt über die letzten Jahrzehnte. 1984 veröffentlichte Friedhoff Bergmann sein Grundlagenwerk zu seiner Vision für die Neugestaltung von Arbeit. Seine Vision zielt auf mehr Autonomie, Erfüllung und Freiheit ab. Bis heute hat seine Vision bestand und hat sich immer nur auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Für Bergmann war es wichtig, dass traditionelle Arbeitsmodelle abgelöst werden und sich zu Arbeitsumgebungen mit mehr Sinn und Erfüllung entwickeln. Wenn wir nun die Ideen von Bergmann zusammenfassen, kommen wir auf folgende Punkte. Der erste Punkt ist die Arbeitsautonomie. In diesem Punkt geht es vor allem um die Autonomie und die Selbstbestimmung am Arbeitsmodell. Die Arbeitnehmenden haben die Kontrolle über Arbeitszeit, Projekte und Arbeitsmethoden. Auch wenn Kontrolle hier schon fast zu hart klingt, ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Sinnvolle Arbeit ist der zweite Punkt. Nach der Sicht von Bergmann soll es bei der Arbeit nicht ausschließlich um die Sicherung des Lebensunterhalts gehen, sondern vor allem auch darum gehen, dass die Arbeit einen erfüllt und man sich persönlich weiterentwickeln kann. Arbeit soll laut Bergmann ermöglichen, dass sich Arbeitnehmende individuell nach deren Fähigkeiten und Talenten entfalten können. Für Bergmann war auch die Reduzierung der Arbeitszeit wesentlich. Dies soll den Arbeitnehmenden ermöglichen, mehr Zeit für persönliche Interessen, Freizeitaktivitäten und Familie zu haben. Work-Life-Balance ist hier das Stichwort. Zum anderen sind auch kreative Selbstverwirklichung und die Teilhabe in Entscheidungen für New Work wesentlich. Das heißt, es werden partizipative Modelle unterstützt. Die Mitarbeitenden werden in die Entscheidungsfindung des Unternehmens einbezogen und dadurch entsteht eine höhere Beteiligung sowie Identifikation mit den Unternehmenszielen. Doch wie lässt sich nun New Work für uns im Detail für die Arbeit neu definieren und was müssen wir berücksichtigen? Wir haben einmal fünf Merkmale definiert. Zum einen die Neubewertung der Bedeutung von Arbeit, die Autonomie und die Selbstbestimmung, die Verbindung der Arbeit mit dem Sinn und im Mittelpunkt aber dann auch die Mitarbeiterentwicklung sowie die Arbeit im großen Kontext. Wir wollen nun mal auf die fünf Merkmale im Einzelnen näher eingehen. Kommen wir zunächst zur Neubewertung der Bedeutung von Arbeit. In der traditionellen Arbeitswelt hat das Arbeiten einen sehr hohen Stellenwert eingenommen. Doch woher rührt dieser Stellenwert? Die Arbeit gibt uns das Gefühl von Anerkennung und auch finanzieller Sicherheit. Doch mittlerweile haben sich diese Gedanken oftmals verändert. Finanzielle Sicherheit wird zwar weiterhin nicht außer Acht gelassen, aber der Stellenwert hat sich deutlich verschoben. Mittlerweile hat die Erfüllung der eigenen Wünsche und die Freude an der Arbeit einen deutlich höheren Stellenwert eingenommen. Der Fokus liegt bei New Work auf der Work-Life-Balance und sucht nicht nur die Anerkennung im Beruf bzw. in der Arbeit, sondern beispielsweise auch in der ehrenamtlichen Arbeit oder im Hobby. Das zweite Merkmal, auf das wir näher eingehen möchten, ist die Autonomie und die Selbstbestimmung. Während die traditionellen Arbeitsweisen sehr hierarchisch strukturiert und Befehlstrukturen vorhanden waren, sind bei New Work Autonomie und Selbstbestimmung im Fokus. Das führt dazu, dass Mitarbeiter in der bisherigen Arbeitsweise wenig Einfluss hatten und nun mehr Eigenverantwortung tragen müssen. Unternehmen können jedoch nicht voraussetzen, dass jeder Mitarbeiter in der Lage ist, mit Autonomie und Selbstbestimmung oder auch Selbstverantwortung umzugehen. Führungskräfte haben die Aufgabe, deren Mitarbeiter an die Hand zu nehmen und sie auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung und Autonomie begleiten. Nur wenn jeder autonom und selbstbestimmt arbeiten kann, gelingt auch New Work im Unternehmen. Im dritten Merkmal geht es um die Verbindung der Arbeit mit dem Sinn. New Work verbindet Arbeit mit dem Sinn und nicht wie die traditionellen Arbeitsweisen mit Geld verdienen. So muss im Rahmen von New Work Arbeit einen tieferen Sinn und einen positiven Impact auf die Gesellschaft haben. Für Arbeitgeber gilt es, diese Herausforderung zu stemmen und den Mitarbeiter Aufgaben zur Verfügung zu stellen, die für den betreffenden Mitarbeiter Sinn ergeben und Interesse wecken. Im vorletzten Merkmal steht die Mitarbeiterentwicklung im Mittelpunkt. Der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt von New Work und auch dessen Entwicklung darf nicht außer Acht gelassen werden in diesem Zusammenhang. Die Aufgabe der Arbeitgeber ist es somit, dass diese ihren Mitarbeiter Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um sich nicht nur beruflich, sondern auch privat weiterentwickeln zu können. Arbeitgeber können somit nicht nur die Fähigkeiten und Kompetenzen der einzelnen Mitarbeiter verbessern, sondern machen es dadurch auch möglich, dass Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen gebunden werden. Gleichzeitig werden aber auch die Mitarbeiter in die Pflicht genommen. Sie müssen dazu bereit sein, sich weiterentwickeln und sich den aktuellen Bedingungen anpassen zu wollen. Im letzten Merkmal geht es um das Arbeiten im großen Kontext. New Work bietet mehr als nur eine isolierte Tätigkeit. Die Tätigkeit der Mitarbeiter soll im größeren Kontext im Unternehmen oder auch in der Gesellschaft eingebettet sein. Dem einzelnen Arbeitnehmer soll es bewusst sein, wie deren Arbeit zum Erfolg des Unternehmens oder der Gesellschaft beiträgt. Hierbei ist es wichtig, dass Mitarbeiter auch einzelne Zusammenhänge ihrer Arbeit zu anderen Arbeiten im Unternehmen verstehen und nachvollziehen können. Letztendlich geht es bei New Work darum, dass Arbeit neu bewertet wird und Mitarbeiter autonom, selbstbestimmt und flexibel ihrer Arbeit nachgehen können. Wiederum ist es für Mitarbeiter wichtig, dass diese sich weiterentwickeln können und deren Arbeit einen Mehrwert für das Unternehmen hat. Im Rahmen der Flexibilität spielt auch die Agilität eine Rolle. Agiles Arbeiten nehmen wir in der nächsten Episode bei Modern Work Education Edition näher unter die Lupe. Nun heißt es dir als Zuhörerin Danke zu sagen. Danke, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wenn du keine Folge unseres Podcasts verpassen möchtest, folge uns gerne auf der Podcast Plattform deiner Wahl oder auf unseren Social Media Kanälen. Gerne, dass du auch unseren Podcast weiterempfehlen. Und nun hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge.